Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rankings. Es ist Länderspielpause, Leute. Zeit, um mal ein Ranking zur Nationalmannschaft zu machen. Wir sprechen über die besten Profis, die aus unserer Sicht zu Unrecht noch kein A-Länderspiel in der Vita haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und den geschätzten Kollegen aus der Digitalredaktion, Michael Bächle. Grüß dich. Hi, freut mich, dass ich hier bin, dass ich quasi erstmals nominiert wurde für diese Show. Richtig, richtig, stimmt. Das ist deine Premiere. Bist du aufgeregt? Aufgeregt? Come on. Okay, der Mann performt von vornherein. So muss das sein. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ja, wir haben das hier schon länger geplant zu machen, also dieses Ranking zu den Spielern, die eigentlich mal eingeladen werden müssten. Und natürlich ist uns Hansi zuvor gekommen und hat dann, ich glaube, unser Beider Nummer 1, Pascal Groß, natürlich doch nominiert. War überfällig, oder? Ja, also absolut. Ein Spieler, den, glaube ich, wir alle ein bisschen länger schon auf dem Radar hatten, der irgendwie prädestiniert gewesen wäre für diese Rubrik. Mussten wir ein bisschen umdisponieren, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch ein paar ganz nette Kandidaten gefunden. Das auf jeden Fall. Vielleicht nochmal kurz zu groß. Also man muss einfach sagen, ein Stammspieler von einem guten Premier League Club, der jetzt sich in der letzten Saison mit Brighton für die Europa League qualifiziert hat, hat mehrmals in den letzten Jahren zweistellige Scorer geholt. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall von überfällig sprechen. Ja, und es gibt ja auch diese Diskussionen irgendwie immer wieder, wer alles nominiert werden müsste. Zuletzt natürlich befeuert durch Oliver Runert. Schöne Grüße. Mal sehen, ob wir einen seiner Kandidaten drin haben, die er schon recht vehement eingefordert hat, würde ich mal sagen. Bevor wir aber mit deinem dritten Platz anfangen, kurz der Hinweis. Die letzte Folge habe ich ja gemacht mit unserem Kollegen Niklas Baumgart zu den potenziellen Durchstartern der Bundesliga-Saison. Die haben wir eingerankt. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal reinzuschauen. Und dann lasst uns gerne ein Abo da. Wir stehen kurz vor 80.000, Leute. Also vielleicht seid ihr ja der 80.000. Würde uns sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir durch. Ich bin sehr gespannt auf deinen dritten Platz. Ja, ich habe es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ich habe es nicht unbedingt so aufgefasst, dass alle von diesen Spielern zu Unrecht nicht nominieren. Ich habe einfach die besten deutschen Spieler ein bisschen genommen. Auch es kommt später auch noch einer, wo ich finde, der wurde bis jetzt zu Unrecht nicht nominiert. Aber bei meiner Nummer drei kann ich es ein bisschen verstehen, dass er nicht eingeladen wurde bis jetzt. Einfach, weil die Konkurrenz halt auf seiner Position so stark ist. Und das ist für mich Stefan Ortega Moreno von Manchester City. Der war in seiner letzten Bundesliga-Saison in Bielefeld wahnsinnig gut. Also nach Kickernoten sogar der beste Stammkeeper in der ganzen Saison. Und was mich an ihm halt immer imponiert, ist, wie gut der Fußball auch im Vergleich mit anderen Top-Keepern. Also Pep Guardiola verpflichtet dich ja jetzt auch nicht einfach so für die beste Mannschaft der Welt. Selbst als Ersatzgeber musst du da echt was Wortspiel auf dem Kasten haben. Nee, klar. Er hat jetzt auch keine besonderen Aussichten, weil er halt jetzt kein Stammtorwart mehr ist. Und weil er halt auch an Leuten wie jetzt Herr Stegen, Trapp und dann irgendwann vielleicht mal wieder Manuel Neuer einfach nicht vorbeikommt. Aber es ist so ein Spieler, für den würde es mich irgendwie total freuen, auch mit dieser Geschichte mit Bielefeld, 60, wie er sich dann hochgearbeitet hat, zu einem der besten Keeper Deutschlands. Für mich würde es ganz entspannen, wenn er mal zumindest mal als dritter Keeper nominiert werden würde. Und mich würde es für ihn auch total freuen, weil es auch so für den Torwart auch ein bisschen so eine eigentümliche Laufbahn war, die er genommen hat. Wenn er dann doch irgendwann mal ein Arländer-Spiel bekommen würde. Ja, ich glaube generell, das sagt man ja oft, müssen wir uns in Deutschland über die Torhüter eigentlich keine Sorgen machen. Hast natürlich recht, er hat jetzt immer noch viel Konkurrenz vor sich, selbst wenn Neuer jetzt irgendwann die Handschuhe an den Nagel hängt. Aber du hast es auch gesagt, nicht umsonst haben die Bayern Interesse bekundet. Und nicht umsonst hat ein Pep dann sehr deutlich Nein gesagt. Also das sind ja alle schon Zeichen, die dafür sprechen, was für eine Qualität er hat. Ja, ich bin gespannt, ob er nochmal eine Bundesliga-Zukunft hat. Ich meine, mit 30 hast du als Torwart auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor dir. Wird der ein oder andere Bundesligist, auch wenn er jetzt kein Stammkeeper ist, mit Sicherheit in Zukunft nochmal anklopfen. So, und dann kommen wir zu meinem dritten Platz. Und das ist ein Bremer-Jungen, der ich finde, es auch absolut qua seiner Qualität und auch der Leistung in den ganzen letzten Jahren verdient hätte. Und das ist Marvin Duxsch, der in den letzten, ja, ein, zwei Jahren so ein bisschen in meinem Schatten von Niklas Füllkrug stand. Für mich aber auch fast ein bisschen zu Unrecht, denn er scoret seit Jahren wirklich unglaublich zuverlässig. Hat seit fünf Jahren immer, und das hatte ich tatsächlich nicht mal auf dem Schirm, mindestens 20 Scorer-Punkte geholt. Ja, die meisten in der zweiten Liga, aber zum Teil waren das deutlich über 20. Er hatte auch mal eine über 30. Und zum anderen war es dann ja letzte Saison in der Bundesliga bei einem Aufsteiger. Das heißt, du hast ja jetzt nicht die Top-Mitspieler. Und er trotzdem performt in der Bundesliga zwölf Tore und acht Assists. Natürlich muss man jetzt immer sagen, klar, Nationalmannschaft ist ein anderes Umfeld, anderes System. Anderer Trainer, andere Mitspieler und so weiter. Aber ich denke mir, wenn jemand so beständig scort, Tore und Vorlagen macht, da muss er einiges drauf haben. Und das sieht man ja Woche für Woche. Er ist unglaublich vielseitig, technisch stark, hat ein gutes Passspiel. Ist so ein mitspielender Stürmer, der so ein bisschen schwer zu greifen ist auch, finde ich immer. Weil er ist im Strafraum gefährlich, er ist am Strafraum gefährlich. Weicht auch mal auf den Flügel aus, schlägt gute Flanken, gute Standards. Da bringt er schon echt ein großes Gesamtpaket mit. Und ist dazu sogar auch recht effizient vorm Tor. Ich habe mal nachgeschaut, er hatte letzte Saison einen XG-Wert, also Expected Goals, für die, die es noch nicht kennen, von 11,3. Und er hat zwölf Tore gemacht, also da ist er sehr, sehr effizient unterwegs. Und ja, für mich hätte er einfach rein von der Qualität her schon eine Nominierung verdient gehabt. Da muss man natürlich sagen, auf seiner Position wahrscheinlich eine recht große Konkurrenz, weil er ist jetzt auch nicht dieser klassische Neuner. Und variabler Offensivspieler hat die Nationalmannschaft natürlich recht viele. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es für ihn dann noch nicht gereicht hat. Ja, es ist ja ein bisschen, du hast es angesprochen, er ist ein bisschen schwer greifbar. Deswegen, ich finde ihn auch total spannend. Ich mag ihn auch total gerne. Und ich glaube, du hast gesagt, er stand im Schatten von Niklas Füllkrug. Ich glaube, man hat schon wieder fast verliebt. In der Bremer Aufstiegssaison vor zwei Jahren, da war es Marvin Duxch, der die meisten Tore geschossen hat und nicht Niklas Füllkrug in dieser Aufstiegssaison. Das kam dann erst nach dem Aufstieg, dass Füllkrug sich dann ein bisschen so ins Rampenlicht gespielt hat. Ich finde, er könnte der DFB-Mannschaft auch was geben in Sachen Standards. Also er schießt echt starke Ecken und Freistöße, was ja ein bisschen so die Thematik ist. Das Problem, du hast gesagt, er ist nicht richtig greifbar. Ich sehe halt seine Rolle in der Nationalmannschaft irgendwie auch nicht so richtig. Also wo wäre sein klarer Platz? Also er ist halt eher so ein neuneinhalber gefühlt. Aber wo konntest du dir in welcher Rolle dann? Ja, ich könnte ihn tatsächlich mir so in dieser, ja sagen wir mal, zwischen einer 10 und einer 9 irgendwie. Also er ist durchaus einer, glaube ich, der, wenn du auch mal gerade jemanden von der Bank bringen musst, noch ein bisschen die Systematik verändern, ist er, glaube ich, einer, der schon da ordentlich für Gefahr sorgen könnte und der auch gut passen würde. Ich meine, du hast auch einen Kai Havertz, der eine ähnliche Rolle irgendwo hat. Deswegen glaube ich schon, dass da Platz wäre für ihn. Aber klar, natürlich würde es jetzt nicht, lange nicht für einen Star-Dive-Platz oder sowas reichen. Aber ich finde, rein von der Qualität her, wenn man, und das ist ja unser Thema heute so ein bisschen, da drauf schaut, dann hat das absolut verdient. Wer es noch verdient hätte, das kannst du mir jetzt erzählen, dein zweiter Platz. Ja, bei mir ist es ein Spieler, den ich auf Nummer zwei gesetzt habe, ist vielleicht ein bisschen anders als Marvin Dugstedt, seit Jahren so beständig performt, wie du schon ausgeführt hast. Ich habe mir jetzt einen rausgepickt, der ist in der Vergangenheit auch ein bisschen unterm Radar geflogen, finde ich, hat aber natürlich auch nicht so performt, ist jetzt aber in die neue Saison mega stark reingestartet. Und ich gebe auch gleich zu, er ist noch sehr weit weg von der Nationalmannschaft, aber ich bin einfach auch ein riesiger Fan von der Spielweise von Chris Führig vom VfB Stuttgart. Der ist extrem schnell, der ist technisch richtig stark, hat einen geilen Distanzschuss, wenn ich so sagen darf. Ich habe ihn schon beim SC Paderborn einmal sehr gern gesehen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch schon zum dritten Mal in Folge in meiner Kekker-Manager-Elf. Da punktet er mir auch relativ beständig, gerade jetzt zum Saisonstart. Und ich glaube, von den Anlagen her bringt er alles mit, was so ein Flügelspieler heutzutage halt braucht. Und wie gesagt, dieser Saisonstart, vier Scorer-Punkte in drei Spielen bis jetzt, auch das Ende der letzten Saison war schon stark. Ich sage mal so, mit vier Scorer-Punkten in drei Spielen, da gab es Phasen in der Geschichte der Nationalmannschaft. Da hat so ein Run auch schon mal gereicht für eine Nominierung. Klar, die Zeiten sind vorbei, aber ich glaube, der hat jetzt auch einen Trainer mit Sebastian Hoeneß, der auf ihn setzt. Ich glaube, diese VfB-Offensive ist richtig stark dieses Jahr. Die kann auch richtig viel Bock machen, hat schon richtig viel Bock gemacht in den ersten Spielen mit Silas, mit Gilrasi und eben mit Chris Führig. Und ich halte ihn tatsächlich für einen der unterschätztesten Offensivs-Liga, wenn ich es mal noch so auf die Spitze treiben darf. Ja, ich gehe da echt größtenteils mit. Also er war auch auf meiner Shortlist drauf, hat es dann nicht ganz gepackt, weil er müsste, das finde ich, noch über einen längeren Zeitraum, gerade habe ich es bei Dux erwähnt, er müsste es noch zeigen, natürlich, aber absolut, wie du gesagt hast, starker Saisonstart. Er war jetzt auch schon zweimal in der Kicker-Elf des Spieltags, das ist natürlich auch ein Argument. Und wie du es gesagt hast, er ist unglaublich bewegt. Das Größte, das Größte wissen wir beide. Das Größte. Naja, also man muss ja sagen, wenn du es da reinschaffst, dann hast du eine gute Note gekriegt und beim Kicker hat das schon was zu sagen, das wissen wir beide. Und man muss es erst mal in meine Kicker-Manager-Elf reinschaffen, auch das gleich. Und dann gleich dreimal. Das muss dann echt was heißen. Nee, aber wie du es auch gesagt hast, unglaublich beweglich, super Abschluss, haben wir jetzt am Wochenende ja auch wieder gesehen. Für mich hat es dann, wie gesagt, nicht ganz gereicht, weil ich da, ja, das einfach noch ein bisschen beständiger sehen wollen würde. Denn mein zweiter Platz, der liefert für mich nämlich auch schon ein bisschen länger ab. Und das ist ein Leverkusener und der heißt Robert Andrich. Ist ein Spielertyp, ich glaube, da sind sich auch viele einig, der auch Deutschland einfach gut zu Gesicht stehen würde. Ähnlich wie jetzt Pascal Groß wahrscheinlich, fällt in so eine ähnliche Kategorie rein. Er ist zwar jetzt keine Holding Six, um das Modewort des Fußballs zu bemühen, aber er ist schon ein bisschen defensiver orientiert als andere deutsche zentrale Mittelfeldspieler, würde ich sagen. Und deswegen wäre das schon so einer, wo ich sage, der würde dem aktuellen Spiel auch wirklich gut tun. Er hat 2022, 2023 pro Spiel 1,6 abgefangene Pässe gehabt. Damit ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Liga gewesen, was das angeht. Er hat auch ein sehr gutes Gespür für eine Balance im Spiel, finde ich. Das heißt, er weiß, wann er mal auf die Bremse drücken muss und wann er das Spiel beschleunigen muss. Macht ganz wenig Fehler im Passspiel. Da auch eine Statistik, er hatte in den letzten zwei Spielzeiten Platz 10 eingenommen unter den defensiven Mittelfeldspielern mit den meisten Ballaktionen, mit den meisten Pässen und auch den meisten angekommenen Pässen. Also das alles so für mich Statistiken, die absolut für ihn sprechen. Jetzt muss man sagen, in dieser Saison ist er absolut der Leidtragende vom Wechsel von Granit Xhaka. Ja, das ist, wenn man so will, ist das ein Andrich Deluxe, weil er hat eine ähnliche Spielweise, aber ist halt nochmal auf einem ganz anderen Niveau unterwegs, das ist ganz klar. Dazu war Andrich jetzt auch noch verletzt. Also ein bisschen bitterer Saisonstart jetzt für ihn. Ich finde aber eigentlich spätestens in der letzten Saison, er hat ja auch schon bei Union Berlin unglaublich stark performt. Das ist einer der Gründe, warum Union es damals auch geschafft hat, sich so schnell in der Bundesliga zu etablieren. Hat für mich auf jeden Fall in der Vergangenheit gute Gründe geliefert, warum er eine Einladung hätte verdient gehabt. Ja, ich kann ja direkt anschließen. Es ist dann vielleicht ein bisschen ein smoother Übergang. Robert Andrich ist meine Nummer eins. Du hast ihn mir ein bisschen vorweggenommen. Aber für mich ist er auch ziemlich klar, die Nummer eins in meinem Ranking gewesen. Es ist auch für mich der einzige Spieler, sorry Rani Kedira, sorry vor allen Dingen Oliver Ruhner an dieser Stelle. Das ist für mich der einzige Spieler in diesem Ranking, der definitiv schon hätte nominiert werden sollen in der vergangenen Saison, in meinen Augen. Du hast es alles schon gesagt. Also wir reden so viel über die Holding Six. Das ist er eigentlich nicht. Er ist schon eher so ein bisschen ein Achter, der auch ja spielerisch was kann, was früher irgendwie immer ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Ich glaube jetzt in Leverkusen kommt es auch echt mehr zur Geltung. Er wird trotzdem in der Nationalmannschaft mit diesem Fußball, dass er halt auch da hingeht, wo es richtig wehtut. Da wird er der Nationalmannschaft, glaube ich, auch gerade in dieser schwierigen Phase richtig gut tun. Er ist läuferisch extrem stark, haben wir auch noch nicht gesagt. Trotzdem einen überraschend feinen Fuß, finde ich. Ich glaube auch schon echt schöne Freistoßtore geschossen. Der wird der Nationalmannschaft richtig gut tun. Er muss jetzt halt, auch das hast du schon gesagt, muss jetzt halt wieder Stammspieler werden in Leverkusen. Also er hat ja sich im Euroleague-Halbfinale verletzt gegen die Roma. Und nicht nur Xhaka hat einen extrem starken Saisonstart hingelegt, sondern auch Palacios, der Weltmeister. Die machen das wahnsinnig gut im Verbund. Ich glaube, das ist sogar der größere Schlüssel dafür, dass Leverkusen so gut in die Saison gestartet ist. Da muss er vielleicht erst mal warten. Die englischen Wochen kommen auch für Leverkusen, vor allem immer die Donnerstagsspiele mit der Europa League. Und Andrich ist einer, den ich mir dann, wenn er dann wieder irgendwann seine Spiele macht, wenn er vielleicht an Palacios vorbeizieht, was ich mir vorstellen könnte, nicht mehr auch im EM-Kader absolut vorstellen kann. Oder denkst du, dass es da doch eher eng wird? Ich glaube, da wird es jetzt eng. Also ehrlicherweise, jetzt haben wir nur noch zehn Monate, glaube ich, sind es jetzt bis zum Turnier. So viele Experimente. Ich glaube, Hansi Flick hat jetzt auch erst mal genug Experimente gemacht. Klar, er hat jetzt groß nominiert. Bei dem würde ich aber sagen, hast du noch ein paar mehr Argumente als bei einem Andrich. Und wenn du kein Stammspieler bist auf dem Weg zur EM, halte ich es dann doch einfach leider für schwierig. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Schiss fast, dass dieser Zeitpunkt einfach verpasst ist, dass er nominiert wird. Weil jetzt ist es halt schwer, sich bei Leverkusen durchzusetzen. Also du hast Palacios angesprochen. Der harmoniert unglaublich mit Scharker. Das sind einfach so zwei verschiedene Typen auf der Position, die du brauchst, finde ich, weil sie eben dann alles abdecken, die ganze Palette. Ah, ich hätte es mir früher gemacht. Ja, klar, das ist natürlich die Voraussetzung, dass er wieder Stammspieler wird. Sonst ist es natürlich illusorisch, in den EM-Kader mitzukommen. Und ja, gerade Palacios hat natürlich, eigentlich stand er ja in Leverkusen in der Hierarchie immer vor Palacios. Da muss er jetzt halt wieder vorbeiziehen. Palacios macht es aber zurzeit sehr gut. Klar, das ist die Grundvoraussetzung. Aber eine Überraschung gab es ja eigentlich immer. Aber vielleicht ist ja auch deine Nummer eins dann die große Überraschung im EM-Kader. Willst du sagen, dass Robert Andrich der neue David Udonko wird, oder was? Ne, schauen wir mal. Vielleicht reicht es ja noch eines Tages für ihn. Wird uns dann augenscheinlich beide freuen. Und für wen es mich noch freuen würde. Und vom Spielertyp geht es auch fast schon wieder in eine ähnliche Richtung. Und das ist auch jemand, der, und da schließen wir jetzt die Klammer zum Eingang dieser Sendung, ähnlich wie Pascal Groß, auf dem nicht so vielleicht der Fokus liegt, weil er eben im Ausland spielt. Und zwar in der Premier League. Und er heißt Vitali Jarnelt. Auch der, konnte man aus ein paar Ecken schon mal hören, wurde öfter mal gefordert. Ich finde eigentlich sogar, muss man sagen, dieses Argument, dass der jetzt irgendwie im Ausland spielt, nicht so Fokus drauf. Ich meine, der spielt in der Premier League, ne? Das ist halt einfach die beste Liga der Welt. Ich finde es fast ein bisschen fahrlässig. Und wirklich unverständlich, wenn man da nicht genau hinschaut. Er ist Stammspieler bei einer Premier League Mannschaft aus dem oberen Mittelfeld. Auf einer Position, da haben wir es auch wieder, wo Deutschland halt nicht üppig besetzt ist, im zentralen defensiven Mittelfeld. Und was mir sehr gefällt an ihm, ist, dass er so ein Ballklauer ist. Also der geht immer hinterher, geht dem Gegner auf den Sack, bringt so eine eklige Komponente mit rein, die mir auch in der Nationalmannschaft irgendwie immer so ein bisschen abgeht. Also wir haben viele feine Fußballer, aber dass jemand auch wirklich mal hinterher geht und wirklich dem Gegner einfach auf den Sack geht, das fehlt mir. Und da bringt er halt einfach eine unglaublich gute Physis mit. In der Premier League ist er das sowieso gewohnt, das physische Spiel. Zehn bester Zweikämpfer war er da trotzdem in den letzten zwei Spielzeiten unter den Mittelfeldspielern. Mit 57,5 Prozent. Also guter Wert. Ja, führt natürlich naturgemäß auch einige Zweikämpfe. Von daher ist das wirklich eine gute Quote. Aber er ist eben auch nicht nur grob unterwegs, sondern auch technisch gut. Und ja, also auch Torgefahr bringt er mit. Immerhin sieben Tore in den letzten zwei Spielzeiten gemacht. Also hat eine gewisse Abschlussstärke, gerade außer Distanz. Und für mich wäre er immer noch ein Kandidat, den man einladen kann, weil wir haben es gesagt, Spielertyp, der so nicht vorhanden ist und dieser Mannschaft guttun würde. Ja, also Janel war auch auf meiner Shortlist. Und ehrlich gesagt habe ich ihn auch hauptsächlich aus dem Grund nicht mit drin, dass ich einfach zu wenig Spiele von Brentford sehe, um mir da so ein richtig umfassendes Bild zu machen. Bestimmt jetzt auch nicht mein Wochenendprogramm. Aber ja. Aber du hast es schon gesagt, eigentlich wäre er eine sehr logische Wahl für die Nationalmannschaft. Eben auch in dieser defensiven Sechserrolle. Vielleicht auch nicht der ganz klassische, diese Holding Six, um dieses Modewort nochmal zu benutzen. Aber eher als Andrich zum Beispiel. Ich glaube, er ist halt auch ein hervorragender Pressing-Spieler, was der Nationalmannschaft sehr gut tun würde. Also top ausgebildet bei Leipzig beim HSV, hat alle U-Nationalmannschaften durchlaufen, hat dieses moderne Sechser-Spiel total verinnerlicht, kann gegen den Ball total performen, kann mit dem Ball, aber auch ist er Pressing resilient, wie man so schön sagt. Er ist Leistungsträger in der besten Liga der Welt bei einem Klub. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre es auch irgendwie so eine ganz typische Hansi-Flick-Nominierung, wo erstmal jeder so sagt, wer Janelt, den vielleicht dann auch der eine oder andere Fusser so kennt in Deutschland. Aber dann, auf den zweiten Blick, macht es doch irgendwie Sinn dann am Ende. Ich glaube, in Deutschland triffst du schnell auf offene Ohren, wenn es um eine Position geht, wo wir vielleicht nicht optimal besetzt sind, wo so ein Spielertyp fehlt und er dann noch aus der Premier League kommt. Ich glaube, da gibt es erstmal wenig Vorbehalte. Auch da jetzt natürlich wieder die Frage, ob es für die EM reicht. Ich glaube, wahrscheinlich eher nicht. Jetzt muss Hansi natürlich auch langsam seine Stammelf und seinen Stammkader finden. Deswegen vielleicht dann was für die weitere Zukunft. Er ist auch noch nicht so alt mit 25, da geht bestimmt noch einiges in der Zukunft. Und ob vielleicht für diese Kandidaten noch was geht. Wir machen natürlich hier noch ein paar Honorable Mentions. Es müssen natürlich noch ein paar Namen erwähnt werden, die auf unserer Shortlist drauf waren. Ja, wen hattest du noch so drauf? Auch ein Spieler, der einen Saisonstart hingelegt hat. Ich glaube, auch mit der Kicker-Elf des Tages. Letzte Saison sehr gut gespielt hat. Das ist Jeff Chabot vom 1. FC Köln. Der hat auch einfach so ein richtiger Abräumer in der Innenverteidigung ist. Natürlich auch da starke Konkurrenz. Dann Hany Mukta als MVP in der MLS. Und Robert Glatzl. Vom Gefühl her, ja auch irgendwie so ein Spieler, der auf dem Level Füllkrug ist. Auf dem Level, der das Füllkrug letztes Jahr hatte. So vor einem Jahr. Und wir wissen, was alle in dem einen Jahr passiert ist bei Niklas Füllkrug. Ja, muss der HSV halt nur noch aufsteigen. Ja, also an Robert Glatzl liegt es auf jeden Fall nicht, dass es bisher nicht geklappt hat. Also ja, klar. Also auch ein Glatzl kann man jetzt, dasselbe Argument wie vielleicht bei Dux. Er liefert beständig seit Jahren. Aber dann kommen natürlich auch immer schnell die Stimmen, die sagen, ja gut, er soll ja auch erst mal in der ersten Liga machen. Und das hat er halt bisher nicht. Um vielleicht ganz kurz dann noch die Union-Männer mit reinzubringen. Rani Khedira, Robin Knoche ja durchaus auch jemand, der mal gefallen ist hier und da. Also lieber Herr Runert, ja, das sind Spieler, auf die man achten muss. Für mich gibt es dann aber einfach Kandidaten. Gerade Stichwort Andrich. Vor Khedira ist er für mich. Dann hätte er jetzt die Nase vorn rein, was die Qualität angeht. Und Jeff Chabot hast du genannt. Muss natürlich auch nicht auf dem Schirm, dass er überhaupt Deutscher ist. Moritz Jens kann man vielleicht noch nennen. Moritz Jens, bei Schalke stark gespielt. Jetzt bei Wolfsburg noch außen vor. Aber vielleicht kommt... Auch da hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, dass er Deutscher ist, ganz ehrlich gesagt. Ja, er sieht irgendwie aus wie so ein US-Basketballer. Er müsste eigentlich in der NBA sein. Aber ja, definitiv auch Namen, die man auf dem Schirm haben muss. Ja, also vielen lieben Dank, Michi, auch für deine Nominierung. Hat Spaß gemacht. Leichte, leichte... Danke für die Nominierung, dass Sie hier sind. Ja, genau. Leichte Internetprobleme. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Aber wir haben uns hier durchgerungen bis zum Ende. Und ja, hast du dich auf jeden Fall für eine weitere Nominierung qualifiziert, würde ich sagen. Danke dir. Ja, technische Proben schon auf dem Fußballplatz, mein großes Problem. Ja, bist du nicht der Einzige. Vielen lieben Dank dir. Und dann danke euch fürs Zuschauen. Wir hören uns nächste Woche wieder am Montag natürlich wie immer Kicker Weekly. Dienstag gibt es ein Making-of zu Robin Gosens da auch reinschauen. Vielleicht hat er bis dahin ja auch was Außergewöhnliches noch gemacht. Er ist ja nominiert für die Länderspiele. Also bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Haut rein. Ciao, ciao.